meine lieben und willkommen zu einem neuen video wieder mit oh ja und mir und wir spielen wieder badwars ok paul startet jetzt die runde und es leckt gerade ein bisschen dafür tut mir leid das ist gerade ein bisschen leckt aber ja jetzt ist ja wie ja okay wir sind drinnen badwars warte warte okay es leckt nicht gut ja ja er macht kassel mit dem outfit nach wir sind im bett was drin schnell geschützt unser bett beschützt unser was ist hier hä nein eigentlich ist gold doch immer auf einer insel es leckt gerade ein bisschen bei mir also ja schlecht das internet schlecht dass das internet ever wo leck wenn jemand das bett findet sagt bescheid oder wenn jemand wo ist der villager ach da und wo ist bronze wo ist bronze wo ist bronze da gut ich im baue wieder das bett ein emily ich ziehe in den kampf emily ich wieso ziehst du in den kampf du bist besser im bett einbauen ich brauche gold ich brauche eisen er soll mal vom gold dropper weg gehen hallo geh mal weg vom gold spanner ich mach mal eben sorry für diese einstellung kurz ja jetzt hat keiner das bett eingebaut nur mal so emily emily tu es schnell und wo ist der eisenspawner da hallo ich brauche ein bisschen eisen bissel piedesel ja die sind die pros ich hab drei eisen wir gehen wieder zum villagerino dass die jungs auch keinen platz machen können egal ähm villagerino valentino hallöchen hallö er hat mir meine brustplatte geklaut fett hier achi 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 tanze ich brauche ein eisen noch ja genau ein eisen zack 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 so und zwar dafür ich meine jeder von uns braucht es jeder braucht eine oh lebsch lebsch da kommt ein roter zu uns da kommt ein roter zu uns bau schnell ein so dann Vielen Dank. Emily, der versucht, unser Bett zu klauen und alles. Ja, Emily, ich hatte zwei Gold und er hat unser Bett bekommen. Fucking, fucking, nein, nein, ich bin auch tot. Die waren viel besser ausgerüstet als wir. What's my motherfucking name? T-S-H-B... Okay, ich bin schon auf der Lobby. Paul muss raus, ich will weiterspielen. Oh, ich brenne, ich brenne. Ah, super, ja. Komm, wir machen einen auf Uschi de Kack. Uschi de Kack, au. Komm, wir machen... Komm, wir machen noch einen auf Uschi de Kack. Wir machen jetzt einen auf Uschi de Kack, okay? Okay, wir sind jetzt mal richtig Ray. Wir sind jetzt mal... Minecraft... Starting Pros. Lol. Lololololololol. Minecraft Starting Pros. Sag mal zu Paul, ich will gleich nicht Bad Wars, sondern ich will Ender Games. Ich spiele gleich Ender Games. Ender Games. Ender Games. Wow. Bats, da, ba, bats, da, la, 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 la. Sie ist die eine, die immer lacht. Die immer lacht, die immer lacht, die immer lacht. Ist Paul immer noch am Leben? Ach so, einmal dies kurz weg. Sagt Paul Bescheid. Wisst du Bescheid, ne? Man kann hier nichts abbauen. Hier, bumm. Ich will aber was abbauen. Aua. Aua. Emily, what is the better on the woman? Was? Wieso? Damit... Ich... Ja, okay. Äh, wir sind schon bei... Warte. Ich habe etwas. Äh. Ja.